Unten. Dieses Buch hat mich nachhaltig unglaublich begeistert und ganz, ganz lange nachgeheilt. In diesem Buch geht es nämlich um Nevo. Nevo lebt in einem Haus, in dem ist eigentlich alles verboten, was Spaß macht. Alles, was man sonst so gerne macht, Fangen spielen oder Verstecken spielen oder überhaupt spielen, auf den Gängen ist das alles verboten. Denn die Hausverwaltung hat bestimmte Regeln aufgestellt und an die müssen sich alle halten. Gerade ist Nevo mit ihrer besten Freundin Juma extra auf einen anderen Flur gegangen und dort wählen sie Fangen, als die Lautsprecherdurchsage der Hausverwaltung ertönt, Fangen ist auf den Fluren verboten. Jetzt wissen sie nicht, oh Gott, was passiert jetzt, wenn sie uns erwischen? Oh nein, einen Verweis kann keiner von beiden gebrauchen. Einen Versteck sehen sie aber nicht, es gibt halt nichts auf so einem Hausflur. Bis auf Nevo hat eine Idee. Sie lässt Juma in den Wäscheschacht klettern, aber es passt leider nur Juma allein dort rein. Es ist kein Platz für zwei Kinder. Also macht sie die Klappe wieder zu, steht jetzt allein auf dem Gang, klopft an der einzigen Tür, die auf diesem Hausflur noch zu sehen ist, aber leider öffnet ihr niemand. Dann tauchen zwei Männer der Hausverwaltung auf und sie gehen zu ihr und sagen, Fangen ist auf dem Hausflur verboten. Und Nevo sagt, Fangen kann man aber nicht allein spielen. Wie Sie sehen, bin ich allein hier. Wie soll ich da Fangen spielen? Das rettet sie gerade soeben noch und sie bekommt nur eine Verwarnung ausgestellt. Keinen Verweis. Immerhin. Die Typen von der Hausverwaltung verschwinden darauf hin. Und dann öffnet sich die Tür, an der sie vorher verzweifelt geklopft hat. Und ein alter Herr macht die Tür auf und sagt, es tut mir leid. Ich brauche immer so lange, bis ich die Tür öffnen kann, einfach weil er schon alt und gebrechlich ist. Er macht die Tür wieder zu und Nevo denkt, oh Gott, ich muss jetzt Juma aus dem Wäscheschacht holen, öffnet die Klappe und siehe da, keine Juma mehr da. Sie scheint dem Wäscheschacht hinuntergerutscht zu sein. Nach unten. Aber unten möchte auf gar keinen Fall jemand sein. Denn unten, was auch immer da sein soll, aber es ist nichts Gutes, was dort unten ist. Nevo rennt deswegen sofort nach oben zu den Eltern von Juma, klopft an die Tür, aber die sind von der Arbeit noch nicht wieder zurück. Sie bleibt vor der Tür stehen und wartet darauf, dass die Eltern zurückkommen. Und dann kommt die nächste Lautsprecherdurchsage. Herumlungern auf den Fluren ist verboten. Jetzt weiß Nevo gar nicht mehr, was sie machen soll. Sie geht also in ihre Wohnung und wartet darauf, verzweifelt, dass sie die Rückkehr der Eltern von Juma sieht, damit sie ihnen mitteilen kann, dass Juma den Wäscheschacht hinuntergerutscht ist. Aber die Leute, die nach Hause kommen, wollen immerzu die Tür schließen, weil sie ja unbedingt gucken möchte, wann die Eltern kommen, hat sie die offen gelassen. Irgendwann schafft sie es endlich. Die Eltern kommen nach Hause und sie sagt, Juma ist in den Wäscheschacht gerutscht. Und dann macht die Mutter von Juma sagt, ach so, wolltest du mit Mio spielen? Und Nevo denkt so, was? Wer ist denn Mio? Nein, haben sie nicht gehört, was ich gesagt habe? Juma ist in den Wäscheschacht hinuntergerutscht. Aber du hast doch Mio gerade erst in der Schule gesehen. Und sie weiß gar nicht, was jetzt eigentlich hier los ist, denn Mio kennt sie nicht. Juma kennt sie. Und Juma ist verschwunden. Was die Eltern da jetzt sagen oder nicht, sagen, es ergibt für sie alles überhaupt keinen Sinn. Für Nevo steht nur eins fest. Sie muss ihre beste Freundin Juma finden. Und das besser schneller als gar nicht. Also macht sie sich auf den Weg. Und was da passiert, das müsst ihr selber lesen. Gruselt euch damit. Schaut es euch an. Guckt. Habt viel Spaß damit.